Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Sachsenfeld am Dienstagabend auf die Straße der Einheit zu einem Brand gerufen. Wie Einsatzleiter Lars Wagner berichtete, fanden die Einsatzkräfte bei Ankunft aber keinen Brand vor, dafür einen Audi, der augenscheinlich erst gegen einen Baum gefahren war und dann im Graben eines Bachlaufes festhing. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten den Audi mittels Seil und Winde, sodass er nicht weiter in den Graben rutschen konnte. Nach ersten Informationen war der Fahrer in Richtung Lauter unterwegs. Er kam von links von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit dem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt weiter, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Zum Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die B101 war zeitweise voll gesperrt.